Yo, wunderschönen Gumbart, meine Schwimmenspritzer, Kronys hier am Start und yo Mates, neue Season Challenges sind auf jeden Fall raus. Suche zwischen einer Oase, einem Felsbogen und Dinosauriern. Das gucken wir uns an und ich zeige euch ganz kurz, wo die guten Stückchen denn versteckt sind. Ja, da werden jetzt auch einige hinfliegen, bin ich der Meinung. Aha, und hier ist er auch, Freunde, ihr müsst hier unten gucken beim Basketball. Den sneak ich mir jetzt ganz kurz rein, bevor ich hier getötet werde. Irgendwie habe ich bei den anderen YouTube-Videos gesehen, der ist ja anscheinend irgendwo da oben drauf, ist er aber nicht. Er ist hier so leicht unten, ja, also hier war er auf jeden Fall, ihr habt es kack gesehen, ich habe ihn eingesammelt. Er ist hier rechts unten drunter, absolut köstlich. Da hat Fortnite, glaube ich, wieder ein bisschen getrollt und hat ihn einfach ein bisschen umplatziert. Also ihr könnt hier oben drauf landen und müsst ihn hier so nach rechts oben diagonal runter. Genau da, wo ich stehe, da ist der Battle Pass. Ich schaue mich nochmal ganz kurz um, dass ihr es sehen könnt. Hier ist so der Blick ungefähr, hier haben schon ein paar andere Leute was gebaut. Ich sag mir Spider-Man, haut rein und ciao!